Er lässt nun den Luftballon auf, damit sich die Luftballonhaut ausdehnt. Er lässt nun die Luft wieder aus. Nun schnudt er den Ballon über den Verschlusskappen der Flasche. Nun bläst er den Ballon durch den Verschlussdeckel der Flasche wieder auf. Er klebt jetzt den Verschlussdeckel der Flasche auf die ZD hinauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017